Hallo ihr Lieben! Heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um den ersten Teil der New York Love Stories und zwar ist das Home Sweet Home von der Jackie Fellgood gehen. Und das ist nicht einfach nur eine Buchvorstellung, denn ich darf euch heute auch einen Charakter aus dieser Reihe, aus dieser Geschichte näher vorstellen und wie es dazu gekommen ist, das verrate ich euch natürlich alles gleich und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir beginnen diese Buchvorstellung wie immer mit dem Inhalt und ich erkläre euch erstmal, worum es in Home Sweet Home eigentlich geht. In Home Sweet Home geht es um Mary und Mary lebt in New York, ist Designerin und Schneiderin, hat dort einen kleinen eigenen Laden, wo sie selber so Vintage-Mode herstellt und ja, für Mary läuft es gerade gar nicht gut, denn sie hat nicht sehr viele Aufträge und ihr einziger Großauftrag, den sie hatte für ein maßgeschneidertes Abendkleid, was sie auch wirklich viel Geld gebracht hätte, ist abgesagt worden und Mary hat jetzt das Problem, dass sie nicht weiß, wie es weitergehen soll. Sie kann sich im Prinzip das Leben in New York nicht mehr leisten und müsste zurück zu ihrer Familie aufs Land ziehen und das möchte Mary aber nicht, denn sie fühlt sich in New York und mit diesem Leben sehr, sehr wohl. Und an dem Tag, an dem sie erfährt, dass ihr Großauftrag abgesagt ist, fängt es natürlich auch noch an zu regnen auf dem Heimweg und Mary steht auch total neben sich und merkt halt auch, dass es ihr absolut nicht gut geht. Sie hat auch sehr wenig geschlafen in letzter Zeit, weil sie halt für diesen Großauftrag alles gegeben hat und Überstunden gemacht hat, dass das Kleid halt auch pünktlich fertig wird. Und ja, aufgrund dieser Übernächtigung und dieser Anstrengungen bricht sie dann auf der Straße im Regen quasi zusammen. Und als Mary dann auf dieser Straße im Regen quasi zusammenbricht, ist da Luke. Und Luke fängt sie auf und rettet sie quasi in dieser Situation und begleitet sie nach Hause. Und mit der Zeit lernen Mary und Luke sich natürlich besser kennen und Luke ist ein sehr, sehr eigener Charakter. Luke ist ein Mensch, der sehr, sehr viel Scham versprüht und der eine ganz, ganz eigene Art hat, das Leben zu leben. Er ist so ein Lebenskünstler, er genießt das Leben, seine Familie hatte auch immer Geld, dass er sich da auch keine Sorgen machen musste. Und ja, die Frage ist, was steckt denn eigentlich hinter diesen Menschen? Denn definitiv hat Luke ein Geheimnis und das möchte Mary ergründen. Und ja, was mit Luke und Mary alles passiert, was hinter Lukes Fassade steckt und ob Mary ihren Traum weiterleben kann und in New York bleiben kann, das ist es schlussendlich, worum es in Home Sweet Home geht. Und mehr möchte ich zum Inhalt auch an dieser Stelle nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass dieses Buch einige Überraschungen bereithält. Ich finde es sehr, 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 sehr cool, dass wir hier ganz, ganz viele Charaktere aus Jackie und ganzen anderen Büchern wiedertreffen. Das war wirklich für mich jedes Mal so ein Oh mein Gott, das ist der und der aus dem Buch und das sind die aus dem Buch und oh mein Gott, den kenne ich daher. Also wer die ganzen Bücher von Jackie so bisher alle gelesen hat, wird dort einige Charaktere so am Rande wiedertreffen. Und das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ich liebe diese kleinen Crossover, die Autoren immer mal wieder einbauen und es war einfach cool. Also das hat mir an diesem Buch schon mal mega gut gefallen, dass da so viele kleine versteckte Crossover waren mit vielen Charakteren, die wir aus Jackies quasi Schreibwelt schon kennen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, hält die Story auch einige Überraschungen bereit. Es gibt einen großen Twist in der Geschichte, den man so ein bisschen erahnen kann und ja, am Ende kommt dann vielleicht aber doch alles ganz anders, als man denkt. Und ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte im Großen und Ganzen sehr gut gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte toll. Ich fand gut, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Ich muss allerdings nur sagen, dass mir so an manchen Stellen so ein bisschen mehr von der Geschichte besser gefallen hätte. Ich habe ja das Problem bei Jacky und Büchern eigentlich immer, dass die Bücher für mich einfach immer zu kurz sind, dass ich eigentlich immer mehr von der Geschichte möchte. Und hier hätte ich mir wirklich an manchen Stellen einfach ein bisschen mehr gewünscht, dass die Szenen ein bisschen ausgebauter gewesen wären. Und das war für mich manchmal an vielen Stellen einfach zu kurz und zu wenig. Und ja, das ist, wie gesagt, bei Jacky und Büchern eigentlich immer ein Problem, dass ich immer gerne mehr möchte. Ich möchte mehr von der Geschichte, mehr von den Charakteren, mehr von dieser Welt, in die Jacky uns da mitnimmt. Und wie gesagt, das ist mir hier in dem Buch bei 1, 2 Szenen, hätte ich tatsächlich gerne, dass es für mich halt ein bisschen runder wird, wirklich einfach ein bisschen mehr gehabt. Aber das ist halt auch nichts, wo ich jetzt sage, das schmälert die Geschichte oder so, sondern das ist halt einfach so mein persönliches Ding, dass ich einfach von Jacky halt auch nicht genug reden kann, was ihre Geschichten betrifft. Was die Charaktere betrifft, fand ich Mary als Protagonistin in der Geschichte ganz, ganz toll. Ich bin mit ihr sofort warm geworden. Ich konnte sofort so ein emotionales Verständnis auch für ihre Situation aufbringen. Ich war da emotional auf jeden Fall sofort bei ihr. Und ja, wie gesagt, auch was sie in dieser Geschichte alles durchlebt und wie sie halt in dieser Geschichte ist, das hat mir sehr gut gefallen. Was Luke betrifft, hatte ich so meine Schwierigkeiten. Luke war mir an vielen Stellen einfach unsympathisch. Und ich konnte ihn an vielen Stellen auch einfach nicht verstehen. Und das geht aber halt mit seinem Charakter einher. Also das Verhalten in dieser Geschichte hat auf jeden Fall zu seinem Charakter gepasst. Aber er ist halt einfach so ein Mensch, wo ich sage, das ist mir persönlich nicht so sympathisch. Aber das ist halt auch wieder Geschmackssache. Aber Luke entwickelt sich in dieser Geschichte natürlich auch weiter. Und er entwickelt sich zum Ende hin zu einem Charakter, den man auch verstehen kann, wo man auch so ein bisschen seine Lebensweise auch verstehen kann. Am Ende ging es mir mit ihm ganz gut und ich war mit ihm fein. Er ist jetzt kein Charakter, den ich extrem feiern würde. Oder wo ich sage, oh mein Gott, er ist so toll, der Typ. Das definitiv nicht. Es war für mich okay am Ende, was mit Luke dann war. Aber mir persönlich ist dieser Charakter halt auch nicht so ans Herz gewachsen. Welcher Charakter mir dafür sehr ans Herz gewachsen ist, ist Nettie. Nettie ist ein Nebencharakter in der Geschichte. Und Nettie hat eine ganz bestimmte Rolle in der Geschichte. Und diese Geschichte hat ja einen bestimmten Hintergrund. Denn es ist so, dass Mary in einem Haus wohnt in New York. Und in diesem Haus gibt es besondere Regeln. Also man zieht dort nicht einfach ein, sondern es gibt Regeln, die einem von der Hausverwalterin, welche Nettie ist, vorgegeben werden. Nettie ist eine, glaube ich, 90-jährige Omi, die noch sehr, sehr rüstig ist und sehr, sehr fit ist. Eine Star-Wars-Macke hat. Und ja, sie gibt dann halt die Regel vor, zum Beispiel, dass alle Hausbewohner sich jeden Sonntag gemeinsam zum Brunch treffen und frühstücken. Und dieser Brunch wird halt immer rotierend von einem Hausbewohner ausgerichtet. Und sie möchte halt damit so eine gewisse Familienatmosphäre einfach für die Hausbewohner schaffen. Denn sie findet diese Anonymität in der Großstadt einfach furchtbar. Und Nettie ist wirklich ein ganz, ganz toller Charakter. Und sie ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen in der Geschichte. Und auch ans Herz gewachsen in dieser Geschichte ist mir ihr kleiner Hund Sherlock. Und zu Sherlock komme ich später nochmal. Den möchte ich euch nochmal ein bisschen genauer vorstellen und euch da noch zwei, drei kleine Sachen dazu sagen. Aber das machen wir dann mal ganz am Ende. Und ja, ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, hat mir das Ganze auch gut gefallen. Das hat für mich alles gepasst. Das war für mich rund. Man hat in dieser Geschichte natürlich auch schon die Charaktere kennengelernt, die eventuell in Teil 2 und Teil 3 ihre eigene Geschichte bekommen. Was ich sehr, sehr gut finde. Also was die Charaktere betrifft, kann ich mich wie immer nicht beschweren. Wie gesagt, das mit Luke, mit dem bin ich nicht so hundertprozentig warm geworden. Das fand ich jetzt persönlich aber auch gar nicht schlimm. Denn in dieser Geschichte gibt es so viel mehr, als nur diese Liebesgeschichte zwischen Luke und Mary, auf das man sich einlassen kann. Dass das für mich halt absolut auch nicht schlimm war, dass ich jetzt mit Luke nicht so hundertprozentig konform gehen konnte. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier in New York. Ich liebe New York und ich habe das so gefeiert, als ich gehört habe, dass Jackie wieder eine Geschichte schreibt, die in New York spielen wird. Denn ich glaube, ich habe es schon eine Million Mal gesagt, New York ist für mich einfach eine wunderschöne Stadt. Eine Stadt, in der man sehr, sehr viel als Autor auch mit den Charakteren machen kann. Wo die Charaktere auch sehr viel erleben können. Und gerade diese Atmosphäre, die Jackie in diesem Buch geschaffen hat, mit diesem kleinen Haus im Greenwich Village mit Nettie und dieser familiären Atmosphäre, das fand ich wieder ganz, ganz toll. Und auch die Orte, die Jackie in dieser Geschichte wieder beschreibt und wo sie mit uns hingeht, das fand ich wieder so toll. Und ich finde, Jackie kann einfach Dinge sehr, sehr gut beschreiben. Und Jackie kann Dinge so beschreiben, dass ich sie wirklich bildlich in meinem Kopf sehe. Also was das betrifft, hatte ich in dieser Geschichte auch wieder keinerlei Probleme. Vom Setting her hat es mir auch wieder super gut gefallen. Und ich glaube, was den Schreibstil betrifft, brauche ich nichts mehr sagen. Jackie schreibt einfach so wunderschön. Jackie hat einen ganz, ganz gefühlvollen Schreibstil. Einen sehr ausdrucksstarken Schreibstil. Und ich finde, Jackie hat eine ganz tolle Ausdrucksweise, die aber nicht zu kompliziert ist. Aber der Schreibstil klingt halt auch einfach nicht platt. Und das finde ich bei Jackie in ihren Büchern immer ganz, ganz toll. Man kann diese Bücher extrem schnell lesen, weil sie einfach sehr locker und leicht geschrieben sind. Aber gleichzeitig sind sie halt nicht einfach nur so platt dahin geplatscht, wie man das bei manchen sonst auch einfach manchmal das Gefühl hat. Sondern ich finde, sie hat eine ganz tolle Ausdrucksweise. Und sie hat eine ganz tolle Art, diese Geschichten zu erzählen. Und das gefällt mir immer wieder gut. Und ich kann euch, was das betrifft, auch die Bücher von Jackie immer wieder nur empfehlen. Schaut sie euch an, allesamt. Ich liebe die Bücher von Jackie. Und wie gesagt, Home Sweet Home hat mir auch vom Schreibstil her wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich kann zu diesem Buch nur sagen, dass Jackie wieder eine ganz, ganz tolle Geschichte geschrieben hat. Dieses Buch ist ja nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern auch eine Familiengeschichte. Und ich finde, das hat sie super rübergebracht. Und ich kann euch, was das betrifft, dieses Buch wirklich nur empfehlen. Home Sweet Home ist der erste Teil einer Reihe. Es sind bisher drei Teile geplant. Und es geht in dieser Reihe im Prinzip in den ersten drei Teilen um drei Geschwister. Und zwar sind das Luke, Ben und Jane. Und ja, im zweiten Teil wird es dann um Ben gehen. Jane, das kann ich euch schon mal verraten. Und im dritten Teil dann um Jane. Und ich freue mich sehr auf den zweiten und den dritten Teil. Ich freue mich in diese Welt, die Jackie hier erschaffen hat, nochmal einzutauchen. Nettie nochmal zu begegnen und auch Sherlock nochmal zu begegnen. Mehr kann ich euch zum Buch auch nicht sagen. Und ich hatte ja zu Beginn des Videos gesagt, dass ich euch einen Charakter aus dieser Geschichte nochmal etwas näher vorstellen möchte. Und zwar möchte ich euch gerne Sherlock vorstellen. Sherlock ist ein kleiner Jack-Russell-Terrier und gehört zu Nettie. Und ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass es wieder mal ein Tier in Jackie ihren Geschichten geben wird. Denn ihr wisst ja, dass Hashtag Folge Deinem Herzen mein absolutes Lieblingsbuch von Jackie ist. Und das wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben. Allein, weil dort Hunde so eine wichtige Rolle spielen. Und das hat mich damals halt sehr, sehr berührt. Und ja, wir hatten jetzt in Jackie ihren Geschichten sehr, sehr lange keine Tiere drin. Und Jackie hatte mich vor Monaten, als sie gerade dabei war, dieses Projekt zu entwickeln, gefragt, was würdest du dir denn in einem Buch wünschen? Und ich habe gesagt, ein Hund oder eine Katze. Und ich sage, ich liebe es, wenn Tiere in Geschichten vorkommen, auch wenn die nur so am Rande eine Rolle spielen. Und ich würde es mir wirklich wünschen. Und Jackie hat gesagt, na, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, ob wir das irgendwie einbauen können. Und ob das irgendwie passen würde. Und ob das überhaupt so passt. Und ja, ich war dann natürlich sehr, sehr gespannt, ob Jackie es denn geschafft hat, irgendwie einen Hund oder eine Katze in dieses Buch einzubauen. Ich kann euch an dieser Stelle verraten, sie hat beides gemacht. Und ja, ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, als sie mir dann verraten hat, dass es in dieser Geschichte einen kleinen Hund geben wird. Und dass es auch noch ein kleiner Jack Russell ist. Und Jackie hat mir dann auch verraten, dass sie Milo so ein bisschen als Inspiration genommen hat. Sherlock sieht zwar optisch vom Gesicht her ein bisschen anders aus wie Milo. Aber ja, ich habe mich mega gefreut, als ich das gehört habe. Und ich möchte Milo gern so ein bisschen als Buchpaten hier präsentieren. Ihr kennt ihn ja alle. Ich glaube, ich brauche euch meinen Hund jetzt nicht zu zeigen, weil der liegt jetzt da und schläft gerade. Ich möchte ihn jetzt ungern wecken. Aber ich kann euch ja noch mal ein Foto einblenden von Milo, dass ihr auch noch mal wisst, wie er aussieht. Und ja, ich fand es natürlich sehr, sehr süß, als Jackie mir gesagt hat, dass Milo so ein bisschen die Inspirationsquelle für Sherlock auch gewesen ist. Und ja, deswegen darf ich euch heute Sherlock auf jeden Fall ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, er ist ein kleiner Jack Russell Terrier und gehört zu Nettie. Sherlock ist ungefähr fünf Jahre alt. So genau kann man das nicht sagen, denn Nettie hat Sherlock aus dem Tierheim adoptiert und er lebt jetzt schon seit drei Jahren bei ihr. Kleiner Funfact am Rande, weil ich ja vorhin die Crossover erwähnt hatte. Sherlock stammt aus dem Tierheim von Hashtag Folge Deinem Herzen, wo Sarah immer ehrenamtlich gearbeitet hat. Und Sarah von Hashtag Folge Deinem Herzen ist auch die Tierärztin von Sherlock. Also das finde ich so cool. Also wo ich das gelesen habe, das sind jetzt Informationen, die du jetzt in der Geschichte nicht hast, die ich euch jetzt so verraten kann, weil die Jackie mir verraten hat. Aber ich finde es halt so cool, dass Jackie das alles so durchdacht hat. Das hat mir so gut gefallen. Und ja, ich sage dir, Hashtag Folge Deinem Herzen ist meine absolute Lieblingsgeschichte von Jackie. Und es freut mich natürlich sehr, dass das so ein kleines Crossover auch in diese Richtung geben könnte, es vielleicht auch noch in den Folgebänden. Man weiß ja nicht, was mit Nettie und Sherlock alles noch passiert. Denn wie gesagt, es geht ja in dieser Reihe um dieses Haus, um die Hausbewohner und um diese Familiengeschichte, die sich da auch rundherum entspinnt. Und das heißt, Nettie und Sherlock bleiben uns in dieser Reihe auf jeden Fall noch ein bisschen erhalten und kommen hoffentlich auch in den Folgebänden wieder mit drin vor. Ich möchte euch natürlich auch noch erzählen, wie Sherlock denn überhaupt zu Nettie gekommen ist. Denn wie gesagt, er stammt aus dem Tierheim und Nettie geht immer gern am Union Square auf einen kleinen Markt und geht dort einkaufen. Und eines Tages, als sie dort auf diesem Markt ist, entdeckt sie dort einen Stand. Und an diesem Stand sind ein paar Highschool-Mädels, die Cupcakes verkaufen und die eine Projektbüro gemacht haben im Tierheim und jetzt Spenden sammeln möchten für das Tierheim. Und natürlich haben diese Mädels und auch die Mitarbeiter vom Tierheim Tiere mit an diesem Tag an den Stand gebracht. Und die kleinen Hunde, die da mit dabei sind, buseln auch so ein bisschen um den Tisch drum rum. Und ja, da gibt es einen kleinen Jack-Russell-Terrier, der einen Narren an Netties Stoffbeutel gefressen hat und daran immer rumgezuppelt hat. Und ja, irgendwie endete dieser Marktbesuch für Nettie dann damit, dass sie einen neuen Begleiter mit nach Hause genommen hat. Denn wer könnte so einem kleinen, süßen Jack-Russell, der einem an seinem Stoffbeutel rumzehrt, nicht sofort in sein Herz schließen und mit nach Hause nehmen. Und ja, das ist drei Jahre her. Wie gesagt, Sherlock ist jetzt ungefähr fünf. Er wohnt jetzt seit drei Jahren bei Nettie und hat dort ein sehr, sehr gutes Leben. Und wie er zu dem Namen Sherlock gekommen ist, ist auch eine ganz süße Anekdote. Und zwar, als Nettie ihn mit nach Hause genommen hat, hatte er ja noch keinen richtigen Namen. Beziehungsweise die Mädels vom Tierheim haben ihn Pete genannt. Aber Pete ist so ein Name, der hat zu ihm überhaupt nicht gepasst. Auf den hat er auch überhaupt nicht gehört und überhaupt nicht reagiert. Und ja, Nettie hat dann so ein Gespräch mit ihm geführt, was ich als Hundemama sehr gut verstehen kann. Ich rede auch mit meinem Hund. Und ich weiß, dass das absolut blöd ist, mit seinem Hund zu reden. Aber man macht das halt trotzdem. Man vermenschlicht ja dieses Tier auch immer in gewisser Art und Weise. Auf jeden Fall führt Nettie dann mit Sherlock ein Gespräch. Und bei diesem Gespräch hat Nettie halt gesagt, wir können ja Sherlock Holmes spielen und die einen Namen suchen. Und als sie Sherlock gesagt hat, hat er reagiert und den Kopf so schiefgelegt. Und dann hat sie das noch ein paar Mal wiederholt und hat halt gemerkt, dass er auf Sherlock anspricht. Und hat ihn deswegen Sherlock genannt. Und ich finde den Namen Sherlock für einen Jack Russell wirklich richtig, richtig cool. Also das muss ich mal wirklich sagen, wenn ich mir so einen kleinen, süßen Jack Russell vorstelle und er dann Sherlock heißt. Das finde ich so mega süß. Und Sherlock hat natürlich auch so Lieblingsplätze. Da muss ich jetzt mal ganz kurz abspicken, wo die denn genau sind. Die verrate ich euch an dieser Stelle auch nochmal. Und zwar seine Lieblingsplätze sind im Körbchen zwischen den Barhockern in Netties Küche, in dem fliederfarbenen Hundekörbchen in Netties Schlafzimmer, in Marys Laden unter dem Tisch mit dem Grammophon, auf dem Kissen mit dem dicken goldenen Quasten und auf Netties Schoß natürlich und unter Stühlen vorzugsweise, die auf den Nettie sitzt. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Zum einen hat Sherlock auch quasi in jedem Zimmer irgendwo ein Körbchen liegen. Das kenne ich von meinem Hund auch. Der hat in jedem Zimmer hier bei uns in der Wohnung irgendwo ein Kissen oder ein Körbchen liegen, wo er immer draufgehen kann, dass er halt auch einfach die Auswahl hat. Deswegen, ich finde das so lustig. Und ich kenne das halt von Milo, dass er auch sehr oft auf meinem Schoß einfach liegt und schläft. Und ich kann diese Lieblingsplätze von Sherlock also als Hundemutti auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und Sherlock wäre natürlich kein richtiger Jack Russell, wenn er nicht gerne Blumenbeete umgraben würde. Das kenne ich von meinem Hund auch. Da kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Als meine Großeltern damals ihren Garten noch hatten und mein Opa das Kartoffelbeet umgegraben hat und mit dieser Schaufel da so angefangen hat zu graben, stand keine Minute später Milo daneben und buddelte wie so ein Verrückter in diesem Beet rum. Der hat vorher noch nie bei meinen Großeltern wirklich auf den Beeten rumgesprungen und hat da Löcher gegraben. Aber als mein Opa anfing, das zu machen, hat er sich gedacht, geil! Der Opa macht das, ich mache mit. Und immer, wenn Opa angefangen hat, in den Beeten rumzugraben, kam Milo und hat das mal voll mitgemacht. Und die sind ja dann, ne? Die sind ja dann wie die Bekloppten. Die sind ja dann wie in Tranks und buddeln und buddeln und buddeln und buddeln. Und irgendwann siehst du die ja gar nicht mehr in dem Loch. Und das ist so niedlich und das ist so witzig, wenn du das mal beobachtest. Und wie gesagt, Milo hat das halt wirklich auch nur gemacht, wenn Opa selber in den Beeten rumgegraben hat. Und natürlich ist Sherlock ein Jack Russell und gräbt natürlich auch sehr, sehr gerne Beete um. Und natürlich tut Sherlock auch sehr, sehr gerne spazieren gehen und die Gegend erkunden. Aber Sherlock ist halt auch ein kleiner Schmusehund und lässt sich natürlich auch sehr, sehr gerne hinter den Ohren kraulen und das Köpfchen streicheln. Und ja, Sherlock ist halt ein richtig niedlicher, süßer, toller Jack Russell. Und ich konnte mir das so gut vorstellen in dem Buch. Natürlich bin ich zum einen auch Hundemutti und ich weiß, wie die kleinen, süßen Babys sind. Und ich fand das immer süß, wenn Sherlock irgendwo in diesem Buch erwähnt wurde. Und ich dachte dann immer so, oh, ist der goldig, ist der niedlich. Und ich hoffe natürlich, dass uns Sherlock in dieser Reihe erhalten bleibt und dass wir ihn noch ganz, ganz oft in dieser Reihe sehen werden. und sehen werden, was er gerade so tut und was er gerade macht. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und ihr alle da draußen, die gerne Geschichten lesen, wo Tiere mit drin vorkommen, schaut euch die New York Law Stories an, schaut euch Home Sweet Home an. Ich fand dieses Buch wirklich, wirklich süß. Es ist eine tolle Geschichte, wie gesagt. Es ist nicht eine pure Liebesgeschichte, es ist doch eine Familiengeschichte. Und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Ich freue mich auf die Fortsetzungen. Und ja, mehr kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Ich bedanke mich für euch auf jeden Fall, wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.